Wenn das Kino ein denkender Akteur ist, so der französische Philosoph Gilles Deleuze, so muss dieses Kino auch Begriffe hervorbringen, mit denen es denkt. Begriffe, die aus dem Kino stammen, die dem Kino aber nicht eigen sind. Deleuze schreibt, Zitat, Eine Theorie des Kinos handelt nicht über das Kino, sondern über die vom Kino hervorgebracht Begriffe, die im Verhältnis zu anderen Begriffen stehen, die mit anderen Praktiken korrespondieren. Die Begriffe des Kinos sind nicht im Kino gegeben und dennoch sind es die Begriffe des Kinos und nicht Theorien über das Kino. Zitat Ende. Ein Begriff, der sich in dieser seltsamen Spannung verorten lässt, ist der des Fotogenie. Wir haben es hier sowohl mit einem poetischen, also filmischen Begriff, als auch mit einem theoretischen, also einem außerfilmischen Begriff zu tun. Oder anders formuliert, es handelt sich hierbei um einen Begriff, den das Kino hervorbringt, weil das Kino eine andersartige Wahrnehmung schafft. Und an dieser wiederum hängt eine veränderte Erkenntnis. Doch diese veränderte Erkenntnis muss auf einen Begriff gebracht werden, der erst im Außerhalb des Films, also durch die theoretische Auseinandersetzung mit dem Film geprägt und begrifflich geschärft werden kann. Wir befinden uns also in einem Spannungsverhältnis der Inkommensurabilität, das heißt einer prinzipiellen Unvergleichbarkeit des Filmischen und des Theoretischen. Die Aufgabe besteht dann gemäß Adornos Diktum, das Begrifflose mit Begriffen zu beschreiben, ohne es ihm gleich zu machen. Genau daran also an der Beschreibung des Begrifflosen mit Begriffen möchte ich mich in dieser Episode Filmtheorie einmal versuchen, die zugleich eine archäologische Spurensuche darstellt. Schließlich eröffnet der Begriff des Fotogenie den Blick auf eine ganz spezifische Epoche der Filmgeschichte und zwar die des französischen Stummfilmkinos der 20er Jahre. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Bevor ich mit dem Thema einsteigen möchte, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um auf dieses von Margret Tröler und Jörg Schweinitz herausgegebene Buch zu verweisen. Die Zeit des Bildes ist angebrochen, bietet in 60 ausgewählten Texten aus der Zeit von 1920 bis 1929 einen Blick in die Kinodebatte französischer Poeten, Künstler und Wissenschaftler. Der Alexander Verlag in Berlin ist so freundlich und stellt ein Exemplar zur Verlosung zur Verfügung. Alle weiteren Informationen zur Verlosung finden Sie in der Videobeschreibung. Nun aber zurück zum Thema. Die 20er Jahre werden oft auch zu Recht als Höhepunkt der Filmkunst und der Filmtheorie angesehen. So jedenfalls behauptet es der Filmwissenschaftler Lorenz Engel und in der Tat ist an dieser These was dran. Denn mit dem Jahr 1917 ist in Frankreich, Großbritannien und den USA der Übergang vom frühen zum institutionalisierten Film abgeschlossen. Das heißt, es hat sich der zentrale Ort des Films herausgebildet. Der Kinosaal beherbergt ein Zuschausobjekt, welches die dunkle Höhle betritt und als unbeteiligter Beobachter der fiktiven Welt beiwohnt. Während sich der frühe Film noch gewissermaßen bemerkbar machen musste, um sich der Aufmerksamkeit des Zuschauers sicher zu sein, sind nun Standards ausgebildet, die freilich auch etwas mit der Entwicklung der Filmsprache zu tun haben. Oliver Fahle fasst es treffend, wenn er beschreibt, oder schreibt, dass der Film nach dem Ersten Weltkrieg gelernt hat zu sprechen. Doch was ist das für eine Sprache? Was ist ihr Ausdruck? Was erzählt sie? Und wie kann man diese Sprache beherrschen? Dies ist grob skizziert der künstlerische Horizont, vor dem das Kino der 20er Jahre zu einer Art Laboratorium, zu einem Experiment, zu einer Aufbruchsbewegung hinein in die Moderne wird. Modern ist der Film, in dem er sich der Spannung von Wahrnehmung und Erkenntnis aussetzt. Der Film ist nämlich nicht nur Aufzeichnung oder nur Ausdruck, er ist so etwas wie eine Wissenschaftskunst, also die Verklammerung von wissenschaftlicher Analyse und künstlerischer Beobachtung. Der Apparat wird als ein anderes Gehirn aufgefasst und Affinitäten zum mechanisch präzisen Blick prägen das Reden über den Film, der eben nicht nur Wahrnehmung wiedergibt, sondern feste Wahrnehmungszustände und Konstanten aufbricht. Darin wird der Film zum Gegenstand theoretischer Reflexion und zwar über seine Ausdrucksmittel und künstlerischen Möglichkeiten. Hierin wird nun ganz besonders das französische Kino relevant, welches die technischen Möglichkeiten als Spitze eines formalen Experiments einsetzt. Doch das französische Kino ist mehr als Ästhetizismus und Technizismus. Die Filme dieser Zeit entwickeln nämlich selbst Erzählformen, die dann sich schlussendlich institutionalisieren. Die Zeit des Bildes ist also angebrochen, wie es der französische Regisseur Abelgans so wunderbar formuliert hat. Aber es ist eben kein Bild, das sich selbst genügt. Dieses Bild ist eher Resultat eines unauflöslichen Zusammenhangs von Film und Theorie, schaffen eine Reflexion über die Entdeckung des Erkenntnisapparats Film selbst. Und obwohl es diesem französischen Theorieschaffen an einer vergleichbaren Systematik fehlt, wie man es beispielsweise im deutschsprachigen Raum bei Bela Balasch findet, so taucht ein enigmatischer Begriff immer wieder auf, der sich wie ein roter Faden durch das Werk zieht. Fotogenie. Doch warum so enigmatisch? Warum scheint dem Begriff etwas anzuhaften, was sich der Begriffswerdung so vehement entzieht. So als ob wir es mit einer besonderen Qualität des Filmischen zu tun hätten, die, Zitat, im Medium der Sprache nicht vollständig darstellbar ist. Zitat Ende. Hinzu kommt, dass der Begriff in der filmtheoretischen Debatte der 20er Jahre eine Vielzahl von Bedeutungen annimmt, ja so etwas wie ein poetischer Sammelbegriff seiner Zeit wird. Louis de Luc schreibt beispielsweise im Jahr 1920, Zitat, Ja, die Kinematographisten und ihre Ideen über Fotogenie. Jeder hat seine eigene, deswegen gibt es so viele Arten der Fotogenie, wie es Ideen gibt. Zitat Ende. Doch wie definiert De Luc nun den Begriff für sich selbst? Blicken wir auf einen Text über die dem Film zugrunde liegende Fotografie, der ebenfalls aus dem Jahr 1920 stammt. In diesem findet sich die These, dass die besondere Qualität der Fotografie darin liege, das Ephemere, das Augenblickliche einzufangen. De Luc spricht also von der Fixierung eines Momentes und der darin eingefangenen Schönheit. Obwohl der Film nun diesen fixierten Moment in eine Bewegung überführt, scheint dies die Grundidee wenig zu stören, denn auch der durch die Fotografie aufgezeichnete flüchtige Moment bleibt ja stets auf die Bewegung bezogen. Deswegen bleibt im Sprung von Fotografie zu Film auch etwas anderes gleich. Denn wer nun einen solchen Moment künstlich herbeischaffen will, kreiert damit nur Hässliches. Und daher ist es auch kein Zufall, so De Luc, dass ausgerechnet die Wochenschauen, die vor dem eigentlichen Film im Kino gezeigt werden, einen viel stärkeren Eindruck hinterlassen als das, was danach folgt. Zitat, eine marschierende Armee, Truppen im Feld, der Rückstoß eines Panzers, die Menge am Strand, startende Flugzeuge, das Leben der Affen oder der Tod der Blumen. Zitat Ende. Doch was macht nun die marschierende Armee oder der Rückstoß eines Panzers, eingefangen von einer Kamera, so besonders? Was ist es, was De Luc so begeistert? Eine erste Annäherung bietet Oliver Fahle. Er schreibt, Zitat, der Kinematograf schreibt der Welt einen ganz eigenen Rhythmus ein, eine besondere Form der Bewegtheit. Zitat Ende. Was ist nun mit dieser besonderen Form der Bewegtheit gemeint? Nun, damit ist eine grundlegende Bewegung des Films gemeint, eine, die sowohl der zur Schau gestellten Bewegung des Films zugrunde liegt, also zum Beispiel Bewegung durch Montage oder durch das Bewegen der Kamera selbst, als auch der inneren Bewegung der Objekte, also zum Beispiel bei einer Momentaufnahme die Bewegung eines Gesichts, welches sich eben leicht regt beispielsweise. Beide Varianten liegt eine Bewegung im elementarsten Sinne zugrunde, die eine genuin-filmische und nicht bloß Wiedergabe einer alltäglichen Bewegung ist. Das Komplementärstück zur Bewegung ist das andere, was der mechanische Filmapparat hervorbringt und das ist Sichtbarkeit. Doch wie können wir diese Sichtbarkeit fassen? Bleiben wir bei der von Louis Deluc marschierenden Armee. Wir stellen uns also einmal vor, dass ein Team der Wochenschau während einer Militärparade anwesend ist und Aufnahmen von dieser Parade aufnimmt. Die Apparatur produziert also nun ein Bild des Realen. Das Reale ist das vorgefundene Ereignis, also die Militärparade, die sich so einmal abgespielt hat. Zwischen dem Ereignis und dem davon produzierten Bild spannt sich wiederum ein Band auf, ein indexikalisches sozusagen, denn so wie der Rauch vom Abwesen ein Feuer zeugt, so zeugt die Aufnahme bei der Vorführung dann später als Teil der abendlichen Wochenschau davon, dass da eben tags zuvor eine Militärparade wohl stattgefunden haben muss. Doch das Bild des Realen ist nur das eine. Josef Isakpur fügt dem noch die Realität des Bildes hinzu, denn so wie es ein Band zwischen Bild und dem Realen gibt, so löst sich ein anderes Band und zwar das zur äußeren Wirklichkeit selbst. Die Realität des Bildes ist nämlich nun ein projizierter Filmstreifen, der eine zweidimensionale Farb- und tonlose Abfolge von Einzelbildern abspielt. Was übrig bleibt, ist das Sichtbare als das filmisch-visuelle und dies wiederum ist nur als das Bewegte vorstellbar. Es ist also die Kamera, so Isakpur weiter, die aus einem Mangel heraus der Welt etwas hinzufügt und das ist Fotogenie. Das pure Sichtbare und damit etwas anderes als das, was die Filmemacher der Wochenschau vorgefunden haben, als sie die Militärparade am Morgen filmten. Es findet also eine Transformation statt, etwas wird hinzugefügt und die besondere Qualität dieses sich bewegenden Sichtbaren liegt in der Entfaltung eines Objekts im Moment seiner Projektion auf einer Leinwand. Der Film also richtet seinen Blick nach außen, auf die ihm zugänglichen äußeren Erscheinungen. Er richtet aber auch seinen Blick nach innen, Zitat, auf die in den Erscheinungen schlummernden Veränderungen, Zitat Ende. Wir befinden uns also im direkten Spannungsverhältnis zwischen bloßer Wiedergabe, der äußeren Wirklichkeit und der, ich sag mal, exzentrischen Übersteigerung des bloß Sichtbaren. Daran entsteht nun ein filmisches Bild, welches seine eigene Form der Sichtbarkeit besitzt. Es ist, wie Robert Musil sagen würde, das nur sichtbare in der zugrunde liegenden Bewegung. Dieses Bild, so schreibt es Fahle, ist keine Repräsentation von Objekten mehr, auch nicht die Reflexion von Wahrnehmungsweisen. Es ist nichts anderes als sichtbar. Zitat, es ist das, was ein Bild sein kann, wenn ihm alles genommen wurde, was nicht es selbst ist. Es ist gewissermaßen die Verabsolutierung von Sichtbarkeit, die vollkommene Selbstdarstellung des Mediums Bild, Zitat Ende. Doch an dieser vollkommenen Selbstdarstellung des Mediums Bild hängt eine erkenntnistheoretische Note. Denn aus der Erkenntnis der besonderen Sichtbarkeit des Films folgt ja im gleichen Tempo die Einsicht, dass es dann ja auch Unterschiede zwischen der Wahrnehmung des Films und der Wahrnehmung des Menschen geben muss. Kann es also sein, dass der Film uns etwas offenbart, was uns sonst verborgen geblieben wäre? Was also, wenn Fotogenie weniger in unserem Blick als im Objekt selbst liegt, welches durch den Film eine Art Automanifestation enthält? Schließlich ist der Blick auf die Welt nicht mehr wie in der Malerei symbolisch abgesichert, also nicht mehr in einer humanisierten Dimension enthalten, sondern von einem anderen Gehirn, einem mechanischen Gehirn durchgeführt. Fahle geht hier gar so weit und behauptet, dass die Welt sich ohne uns definiert, sprich ihr eigenes Denken enthüllt. An dieser Stelle muss betont werden, dass sich das Fotogeniedenken also zwischen dem Moment des Medialen und dem des Ästhetischen entfaltet, wir also zwischen den Begriffen Sichtweise und Sichtbarkeit differenzieren müssen. Sichtweise wäre der bestimmte Blickwinkel auf ein Gegenstand, den uns die Kamera ermöglicht. Wir können aber auch diesen Gegenstand in seiner Medialität außen vorlassen und uns einzig auf die Sichtbarkeit konzentrieren, also auf die formale Ästhetik des Bildes als eigene Form des Seins. Fotogenie meint nun die Gleichzeitigkeit von Sichtweise und Sichtbarkeit. Wir sehen die Dinge der äußeren Wirklichkeit, aber in ihrer dem Bild entsprechend eigenen Form des Seins. Deswegen spricht man hier so gerne von einem Zwitter zwischen Kunst und Wissenschaft. Wir haben es also mit einer ästhetischen Steigerung der äußeren Wirklichkeit durch einen objektiven und doch affizierenden Kamerabezug zu tun. Eine Ästhetik, die stets auf die Welt bezogen bleibt, damit aber nicht einfach ein Instrument zur Wiedergabe dieser Welt wird, sondern ihr etwas hinzufügt. Etwas, was sich der Deutung im semiotischen Sinne entzieht. Zur Erläuterung dieses filmpoetischen wie filmtheoretischen Sachverhalts möchte ich eine Szene aus dem französischen Stummfilm Coeur Fidei zeigen. Der Film ist von Joe Epstein. Er stammt aus dem Jahr 1923 und handelt von Marie, die eigentlich Jean liebt, aber von Klein-Paul in eine Beziehung gezwungen wird. Wir sehen, nun eine Szene auf einem Rummelplatz zwischen Marie und Klein-Paul. Achten Sie hier einmal auf die Gleichzeitigkeit von Sichtweise, also die Kamera, die einen Blickwinkel einnimmt und der ästhetischen Steigerung in Form von Bewegung, Geschwindigkeit, Rhythmus. Da ist etwas, was sich deuten lässt, also die Beziehung zwischen Marie und Klein-Paul. Da ist aber auch etwas, was einzig der Sichtbarkeit verhaften bleiben muss, was eine Atmosphäre schafft, die über das Begriffliche hinausgeht. Musik Kammer Amen. 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 Es gab nie Geschichten. Es gibt nur Situationen ohne Hand und Fuß, ohne Anfang, ohne Mitte, ohne Ende, ohne rechte und falsche Seite. Man kann sie aus allen Richtungen betrachten. Die rechte wird zu linken, ohne Grenze zur Vergangenheit oder Zukunft. Sie sind die Gegenwart. Zitat Ende. Es geht also nicht rein um symbolische Operationen der Lesbarkeit oder der Begrifflichkeit. Es geht um das Dynamische und um das Prozesshafte einer sich in ihrer eigenen Immanenz entfaltenden Welt, in der der Mensch eben nicht mehr als Subjekt über allem thront, sondern sich der Bewegung in der Zeit unterzuordnen hat. So wie in dieser Szene sich das Drama der Figuren aus der Geschwindigkeit und der Bewegung der Situation ergibt. Genau in dieser Relation von Welt, Kamera, Mensch liegt das genuin moderne Element des Fotogenie und darin wird kaum verwunderlich Gilles Lewis ansetzen, der vom Kino bekanntlich als denkenden Akteur spricht. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020